Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Wo ist mein Interviewer? Mann, wo ist mein... Komm, Kamera, komm, ho, 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 perfekt. Wo ist mein Interviewer? Ich frag mich schon die ganze Zeit, wo ist mein Interviewer? Der ist nicht draußen im Ring. Jungs, wer... Ja, brauchst du nicht zeigen, wie gibt kein Interviewer? Ey, unglaublich. Wie kann das sein, dass ich nach meinem Match kein Interviewer krieg? Das war abgemacht. Ja? Ich bekomme meinen Interviewer. Egal, ob ich verliere oder ob ich gewinne, ist völlig egal. Ich hab was klarzustellen. Wie kann es sein, dass einer dieses Match festsetzt? Der sportliche Leiter, der hat gar keinen Plan, mich und Jörn in ein Match zusammenzusetzen. Was soll das? Wäre nicht mal schlimm gewesen, weil ich bin der Leader. Ich hab die Ahnung, ja, ich bin der Body. Ich hab den Plan, ich hab den Durchblick. Ich sag zu Jörn, mach, was ich dir sage. Krieg der nicht hin, das ganze Match nicht. Es ist so einfach. Ich sag, mach das, mach dies, mach jenes und ich wär Tag Team Champ gewesen heute. Ganz einfache Sache. Krieg der nicht hin, außer am Ende, wo ich sag, Jörn, jetzt. Was macht der? Dann kickt er, aber kickt mir ins Gesicht. Was soll das? Kann der uns nicht unterscheiden? Mich und diese Bastards. Was soll das denn? Wie ist das möglich? Meine Güte, ey. Tag Team Champion ich sein können. Jörn kriegt's nicht auf die Reihe. Mann, uns nicht mal interviewer. Scheiße. Tag Team 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 Untertitelung des ZDF, 2020